hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren fahrer hier hier pv canyon crossing hoffen wir sprechen es richtig aus jetzt haben wir einen dieselfass dazu gekauft und die fräser schon mal für später ein paar wirken dran geopfert werden um mehr platz zu schaffen für also dass man da gut mähen kann wichtig ist nur dass ich da einmal jetzt sprit kaufe und vor allen weil es ja gedauert geht wenn die fähre dann nutzt wird dass wir da auch entsprechend ja nutzen ja hier war noch gar nicht gewesen mehr oder weniger so ist viele gebäude viele punkte immer mal schauen das hat gar nicht reingehört wegen turm hauptsache es geht gut wenn man die aufnahme titel mir einfallen lassen will und muss dann höre ich rein und dann stelle ich fest nicht so gut der tag da braucht kein sprit aber unser kanister der als wäre ja das befürchtet dass wir irgendwann mal sind die preise diesen 129 man ist hier im paradies so wenn das mal nicht geht das wird schlecht so kriegt gespritt oder würde mich hier produzieren macht keinen scheiß das kann natürlich auch sein oh die gibt diesel verkaufen garantiert muss also einen durstigen mann da was geben können nichts keine anzeige ist da noch eins das sieht ja so aus wie wir verkaufen könnten natürlich ist es aber leider nicht kaufbar ja das wäre natürlich jetzt blöd dann muss ich mal gucken was wir machen können wegen dieselkollision das wäre jetzt ja ungünstig aber da finden wir auch ein weg also zumindest müssen wir nicht mit dem drescher ab fahren können wir uns hoch bedanken wenn man später muss hier große taktoren kaufen das ist auch das ist entsprechend da ja egal das lange nach hinten reicht ne was wäre denn da überhaupt produktionstechnisch da hier gibt's nur standard montagen generatoren bauern bauern kommt strom raus ok da auch strom strom bauern 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 Jo, das Land gehört ja nicht. Auch nicht teuer, das ist Fahrer. Kommt auch Sven draus. Können wir was herstellen, hier geht ja was los so. Hier kannst du ja austoben. Nur Dings finde ich jetzt nicht, Sprit. Wasser, 100.000, was kostet das Ding, 3 Millionen? Können wir uns hier eins anfangen, ne? Tier vor der Produktion, das schon mindestens mal deutsch. Bfarm. Diesel. Eine Mühle. Hier brauchen wir auch Sprit. Irgendwo wird so ein Ding ja sein, ne? Düngerproduktion, das ist hartgut. Saftgut. Eisenschmelzer, die Bauten. So, Steinmühle. Partie 1 ist nichts dabei. Hier, Shell. Ah! Das Ding. Müssen wir uns einen Kauf nehmen, was brauchen wir dafür? Zuckerrohr? Oh je. Zuckerrohr. Sonnenblumen. Strom. Personal. Mais. Biogas. Raffinerie. Wein. Cola ist wichtig. Die Frau mit Wodka. Das ist aber nicht dabei. Kennts? Die Fallstation, zum Lagern von Diesel und befüllen deine Fahrzeuge. Junge ich muss auch mal Dings haben Spritherstellung Bio ist eine einzige Möglichkeit also ist ja Lager, Ballenlager, also hier Sprit kann man höchstens einlagern naja gut können wir die Fähre und abzapfen machen wir es auch wir sind voll hab ich kein mitbekommen ja so ein wirklich kassier das kassier ja 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 Stückchenweise hochschalten, ne? Wenn der voller ist, kann man den durchschicken zur Fähre, dann nehmen wir erstmal den anderen Anhänger, weil bleibt ein bisschen Rats übrig, kann man was herstellen, ein Rats war nicht gewesen, ich glaube eher nicht, ich muss eine Produktion im Titel versorgen, kann ja nicht den Drescher verkaufen, nur weil kein Sprit da ist. Das geht ja nicht, teuer, oder wir müssen hochschleide die Fahrzeuge klauen, aber abzapfen geht ja nicht, bisher jedenfalls nicht. Samstag passt schon ganz gut, da kann ich nur Sonntag bei Arbeiten hochladen, damit Montag entsprechend verarbeitet ist, ne? Das ist immer so, ich brauche ja auch einen Tag meistens. Vielleicht genügt ja auch ein und so heute raus, ne? Ah, nein, 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 nein. Ich werde da richtig? Ja! Sparen, ausmachen! gefädert vorgass mal sehen, alle wirken wir eigentlich nicht mitnehmen, aber wir wollen schauen, ob wir das Geld verdienen können, ja, ja, wir fahren richtig, Öl, genau, Öl war daraus, ne, aber die Ölquelle kann sich garantiert nicht leisten, vollgas noch passt die Leistung, man sagt ja allgemein, wenn es ein schwacher Rechner ist, ist für eine 16-fach Karte schwierig, hängt davon ab, was schwach ist, ne, was ein Monitor, das ist der entscheidende Punkt, aber der Prozessor ist schon Knackpunkt, also das, die Berechnung muss ja der Prozessor machen und da braucht man von Starken, also, ein 7 oder so, ne, 8 Kerne ungefähr, die besser, umso besser, ob sie richtig, wenn ich falsch fahre, das ist doof, das ist blöd, aber da vorne scheint ein Anlieger zu sein, bin ja gesto vorbeigefahren, hier muss ich jeden Schritt überlegen, was du machst, ja, da genau ist es schon, wenn du fährst und nicht fährst, ne, sonst wollen wir auch ranfahren können, ne, ich muss nicht drehen, ich nehme schon mal Gas weg, ich mache es mir schnell, ich mache es mir schnell, ich mache es mir ganz so weit nach rechts, ne, nicht ganz so, ist nicht parallel, wir sind parallel, so ist fast perfekt ausmachen egal den schicken mal hoch 1 den auch geilen sound gut die fahre mal hin und ich mal gucken dass wir den lkw voll kriegen dann können wir schon mal hinschicken das passiert doch ein bisschen mehr als gedacht aber schauen wir ob die biospred auf jeden fall das geht doch mal gucken auch so wie auch die rohstoffe dafür zonenblumen höchstens in der theoretischen mission bekommen was ist noch zahnropelle haben wir noch aber ich glaube dafür ein schneidwerk da kriegen wir das hin in der bankregen der anfang ist schwer wenn wir heute noch ein windrad für strom das ist nicht so gut das ist nicht so gut mal ein bisschen reduzieren und speichern das dauert ein bisschen so lange so fahrzeuge sind dort die gefährden ist ja nicht zu hören und wie viel hört man nicht so oft mit einigermaßen das ist nicht so gut das ist nicht so gut aber das ist nicht so gut dass sie sich nicht so gut aber so Mal einstellen, ne? Komm, das muss man mal richtig voll machen, ne? Gut. Das muss ja irgendwo aufstehen, hier ist ein Platz, ne? Heftig. Power-Strom, Diesel-Generator. Aber Marschbrett, ne? Steam-Turbine. Gibt's nur... ...nur Strom. Das sind Hallen. Und Lager. Gucken. Das Öle. Backofen. Palettenproduktion, aber auch Nägel. Hier Dünger, oder? Dünger, wie ich mein. Das ist Saatgut. Schmelzofen. Steinmühle. Da ist nichts weit. Shell-Full. Also... Hier kriegen wir raus. Ja. Bambus. Mais. Das ist... Schlecht. Haben wir alles nicht da. Haben wir alles nicht da. Haben wir es nicht? Ja, praktisch waren wir sie schon. Äh... Zuckerrauben nicht da. Sorkum hier ist er nicht. Sondru auch nicht. Das ist wirklich blöd. Das ist wirklich blöd. Oh, da kommen wir. Flach da. Das sieht übel aus. Dann kostet er Spaß auch nach 45.000. Und ich muss mit einer anderen Produktion besorgen, wo jetzt auch Sprit hergestellt werden kann. Bei der Marsch wirst du jetzt gar nicht. Aber das wird man sicherlich rausfinden. Ja. Globaler Markt eine Option. Oder eine Tankstelle allgemein. Äh... Gebäude. Da ist nicht bei. Container. Tank von Lagern, Diesel und Filter der Fahrzeuge. Ja, gut. Oder man kann es auch kaufen, ne? Ist ja immer so. Aber Geld. Bauen. Naja, Geld. Habt ihr nichts geändert? Äh... Money. Geld, Geld. Da war's. Ja, aber noch keine Schulden. War das gut. Erinnert sich jetzt. Nehmen wir 100.000 insgesamt. Na auch egal. Wie gesagt. Oh, weiß ich auch mein Personal automatisch Fahrzeuge wäscht. Ich reparieren auch noch hier. 10.000. Ist heftig. Kann man sich leisten. Biomethan-Tankstelle. Betan haben wir nicht. Ich muss mal probieren. Wird so funktionieren. Ob wir's kaufen können? Wahrscheinlich, ne? Wir können ja auch Dings kaufen, ne? Jo. Auch wenn's teuer ist. Das geht weiter. Das geht weiter. Der andere war ja voll. Der fährt schon los. Oh, ich sehe gerade Zeit. So ein Scholl. Das soll's schon vorne gewesen sein. Ich sag mal schon Dank. So fleißig rein. Ciao. Ciao. Boah. Geht sie weiter. Hier. TV. Canyon. Crossing. Oder so ähnlich. Tschüss.